Dokumentvorlagen in Writer LibreOffice 7.4 Eine Dokumentvorlage verwenden Wählen Sie im Menü Datei Neue Dokumentvorlagen. Wählen Sie den Filter und die Kategorie. Für den Filter wählen Sie Textdokumente. Für die Kategorien wählen Sie Geschäftliche Korrespondenz. Klicken Sie auf die Dokumentvorlage Moderner Geschäftsbrief Serifenlos. Klicken Sie auf den Button Öffnen. Der Dialog Dokumentvorlagen wird geschlossen und ein neues, auf der gewählten Dokumentvorlage basierendes Dokument wird geöffnet. Sie können das neue Dokument nun bearbeiten und mit einem gewünschten Namen speichern. Genau so, wie Sie es von jedem anderen Dokument gewohnt sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.